Alle Spiele der BKBBL live, nur in diesem Outernetz, für die Eltern zum Mitschreiben, www.telekombaskettball.de Und es wurde richtig dramatisch, die Chance zum Ausgleich, der Ball ist weg, aber dann ist Rado Savjevic mit dem Punkten da. Vom Fuß springt der Ball zu Rado Savjevic und der Ausgleich ist da. Clark am Ball, 6 Sekunden, Clark zieht zum Korb, am ersten vorbei, Ball geht raus, White für den Sieg, White für drei!